Moin, Jens von Fehmag hier, Produktmanager im Bereich der Plant-Based Proteine. Und wir haben heute Morgen produziert Burger Patties, Bällchen und Hack. Und hier sind die Zutaten, die wir dazu benutzt haben. Einmal texturiertes Pflanzenprotein, Wasser, Öl und trockene Zusatzstoffe wie Farbstoffe und Geschmacksstoffe sind da drin. Das ist eine tolle Mischung. Und jetzt zeigen wir euch, wie wir mit unseren Maschinen diese Produkte geformt haben. Mit unseren Füllmaschinen und Vorsatzgeräten können wir jedes Produkt formen und mit unserem Beladesystem sogar bis in die Schale einlegen. Und das war nur eine kleine Auswahl von den Möglichkeiten, die wir herstellen können. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht uns auf unserer Homepage oder kontaktiert uns einfach. Wir freuen uns auf euch.